Hast du auch immer wieder Rucke in deinem Flugsimulator, sogenannte Micro-Stutters? Eventuell ist dein Shader-Cache veraltet und sollte mal gelöscht werden. Wie das geht, erfährst du in diesem Video. Ich bin der Mario und herzlich willkommen auf meinem Kanal SimSights. Keine Sorge, wenn der Cache geleert wird, dann gehen keine wichtigen Daten verloren. Der Cache wird dann einfach neu geschrieben. Beim Shader-Cache handelt es sich nicht um den Rolling Cache. Der Rolling Cache vom Microsoft Flight Simulator ist quasi ein Cache von den Bing-Weltdaten. Der Shader-Cache wird von Nvidia geschrieben und beinhaltet die kompilierten Schatten. Erstmal beenden wir den Flugsimulator. Dann sollten wir auch wissen, wo dieser Shader-Cache eigentlich ... Der Shader-Cache liegt in den Tiefen des Updata-Verzeichnisses von Microsoft, was wir mit %Updata% bekommen und dann gehen wir eine Ebene zurück in Local, dann in Nvidia und dort liegt der GL-Cache und dann in den Unterordner können wir schon löschen. Aber meistens bleiben dann Dateien über, weil der Cache eben gerade noch in Verwendung ist. Damit das nicht passiert, sollten wir den Cache zuerst überhaupt deaktivieren. Dazu öffnen wir die Nvidia-Systemsteuerung, gehen auf 3D-Einstellungen verwalten, auf globale Einstellungen, auf Nvidia Shader Cache, gehen hier erstmal auf deaktiviert. Erst dann können wir wirklich restlos alle Dateien löschen und nur das macht Sinn. Ja, das wollen wir. Weil wenn Dateien überbleiben, dann ist ja der Cache erst recht wieder inkonsistent. Genau, so jetzt ist das deaktiviert, jetzt starten wir unseren Rechner neu. Nach dem Neustart steht der Wert eben immer noch auf deaktiviert, das zeige ich euch jetzt einfach nur der Vollständigkeit halber. Dann gehen wir in die Tiefen des Updata-Verzeichnis, Prozent, Updata-Prozent, gehen eine Ebene zurück, Local, dann finden wir den Ordner Nvidia. Dort gibt es den GL-Cache-Ordner, den restlos leeren, dass er leer ist. Dann ist einmal die eine Seite weg, dann wieder zurück auf Local, noch eine Ebene zurück, Local Low. Dort gibt es wieder einen Nvidia-Ordner, hier war früher mal der DX-Cache drinnen, der ist jetzt pro Version, per Driver-Version drinnen. Hier einfach auch wieder einfach diesen Inhalt des Ordners DX-Cache komplett leeren. Und da kann man dann durchaus, wenn man jetzt mal schaut, auch alte Dateien finden. Bei mir ist das jetzt noch nicht so alt, ich habe das jetzt vor kurzem gemacht. Aber grundsätzlich kann da auch schon etwas drin sein, was Jahre alt ist und genau das kann eben dazu führen. Einfach mal alles löschen, wirklich alles löschen. Hätten wir den Schritt vorhin mit der Deaktivierung nicht gemacht, werden da jetzt garantiert irgendwelche Files übergeblieben, die jetzt gerade geöffnet sind und nicht gelöscht werden können. Nur wirklich so funktioniert es. So kommt restlos jede Datei weg und dann ist der Cache geleert. Dann aber noch der dritte Schritt, Datenträgerbereinigung, da gibt es nämlich auch noch einen Shader-Cache. Wenn wir da jetzt schauen, das haken wir hier an, DirectX-Shader-Cache, einmal OK und dann ist auch das geleert. Keine Ahnung, wo sich der genau versteckt, aber da kümmert sich Windows drum. Da wo Nvidia die Dateien ablegt, haben wir uns eben selber drum gekümmert und die Ordner geleert. Jetzt ist das auch erledigt und jetzt können wir den Shader-Cache problemlos wieder aktivieren auf den Wert, wo er vorher war, bei mir auf 10 GB. Einmal übernehmen, dann wieder den Rechner neu starten und dann einfach wieder in den Flugsimulator gehen und loslegen. Und im Idealfall ist es jetzt besser als vorher, weil es keine veralteten Cache-Dateien mehr gibt und die jetzt eben neu geschrieben werden. Wir sehen schon, in der Zeit hat sich sogar schon wieder ein neuer Cache geschrieben und das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, ich hoffe es hat dir geholfen. Lass mir gerne einen Kommentar da und sag Bescheid, ob dir dieses Video geholfen hat. Bis zum nächsten Mal, tschau baba. Bis zum nächsten Mal, tschau